Ist es zutreffend, dass es die FDP war, die darauf bestanden hat, diese Schuldenbremse einzuhalten und dass wir deshalb jetzt unter anderem in der Situation sind, in der wir sind? Wir treffen Entscheidungen als Regierung gemeinsam. Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Ich würde gerne wissen, war das der explizite Wunsch der FDP, es genauso zu machen? Es geht darum, dass eine Regierung eine Entscheidung immer gemeinsam verantwortet und trifft. Also ja. Und so tragen wir diese Konsequenzen jetzt auch als Regierung gemeinsam und werden auch gemeinsam Lösungen finden. Also ja. Ich habe gesagt, die Regierung hat im Jahr 2023 die Schuldenbremse, nein, den Notfall nicht ausgerufen gehabt und das ist eine gemeinsame Entscheidung der Regierung gewesen. Hinter der Sie vollumfänglich standen? Per Definition entscheidet eine Regierung immer gemeinsam. Eine Entscheidung, hinter der Sie gestanden haben? Ich will das nicht dem Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das sagt ja alles. Das ist... Das ist...